ja sehr willkommen zur gruppentherapie ich bin euer therapeuten mac und diese therapie hier ist kostenlos dass wir diesen krieg schnell beenden und siegreich sind das ist schön wir sind eine ehre ihnen dienen zu dürfen wir sehen mich jetzt hier bei oder jump ausgabe von command and conquer alams vor roten drei beim letzten mal lief es ja nicht so optimal als wir ein bisschen untergegangen so gehen wir mal den aggressiven modus hier rein da räume erstmal ja auch und schaffen aber ein bauplatz nur weg von hier alle klappen wir müssen den alliierten stützpunkt zerstören damit sich er mit den einsatz unserer eigenen luftwaffe alles glück und möge die ehre mit ihnen sein wir sind ja letztens massiv gescheitert einer ganz simpel an tatsache genau und zwar an der simple sache die generator wenn man ein bisschen verteilt hinsetzen so die generatoren werden wir mal ein bisschen verteilen die richtung weiter machen und das da natürlich tierisch aufpassen dass wir hier die defender kann genau die setzen wir nämlich erstmal hier hin weil vor da kommen die luftgeschichte haben wir gelernt hat unser verbündeter wird angegriffen stationierung genau wird gebaut abgeschlossen die luftgeschichte soll ich schon mal die super waffen vorbereiten dass ihr befehlen super waffen sie immer super aber soweit sind wir noch nicht so gucken wir hier vorankommen generation aber strom schon da auch clever upgrade noch mal relativ schnell hier vorankommen und energie brauchen wir bestimmt auch ein bisschen mehr generatoren kann das sind aber super die wenn man nämlich dann nicht hier in die richtung platzieren so die entscheidung auch mal um in luftverteidigung das können wir auch hier mal damit anfangen ein paar und parallel wenn wir noch noch einen tun kann so wenn wir schnell schnell auf einer ebene kommen schnell auf eine ebene kommen wo wir uns verteidigen können so energieartillerie so auf einer frau das leben hat er wird angegriffen so relativ wie die macht mein freund mein gebündet verbündeter wir sind wassertechnisch ja so feindliche einheiten entdeckt aber gucken alles gleich ist immer schon auf gucken wo wir hier weitermachen noch mehr defender kerner obwohl ihr braucht man wahrscheinlich nicht gegen hier unzureichende mittel bau abgeschlossen ziel wählen so einfach mal zeigen dass wir da sind eigentliche einheiten entdeckt ok so einfach mal sehen dass wir die luftgeschichte ja drüben einfach nicht mehr durchbrechen kann so sieht doch mal ganz super aus da werden auch gleich fertig werden so weitere beaufträge werden wir uns erstmal sparen weil wir brauchen definitiv erstmal ein bisschen platz so haben wir noch gutes tenor erhöht die aggressivität ihrer einheiten während sie ihre tempo kurzzeitig verwendet so verteidigungs drohne aber auch mal gesteckt einheiten entdeckt ich nicht genau die freuen wir mal einfach mal hier spontan gucken wenn wir die jetzt hier reinfahren den auf aggressiv stellen kann von dir schon alle klar wenn wir die freunde mal in dem bereich fahren und wenn man kommt noch mal hier so ein bisschen alle klappt das geschwader bereit ziel wählen eine einheit wird angegriffen so damit haben wir den auch entsorgt alles klar die wärmer auf alle fälle mal in den wachmodus stellen unser verbündeter wird angegriffen so da haben wir auch voll ausgelastet jetzt momentan so weiter gucken da mal noch ein paar von den freunden hier kriegen es wird zeit so da werden wir kurz noch mal ein bisschen genau ihr nein äh ihr bildet die eins so ich heiße yuriko das ist schön dass du yuriko heißt äh das ganze mal bieten als das sonst haben sie keine chance unzureichende mittel wir haben noch ein bisschen was so dann sind wir doch dann platzieren den generator können wir auch wohin platzieren müssen und zwar da haben feindliche einheiten entdeckt unser verbündeter wird angegriffen ziel wählen und gerechende mittel entfesselt mich alles klar bau abgeschlossen so kommen wir vielleicht doch mal einen ansetzen ja so sieht das ganz super aus sie werden mich verhindert angegriffen und sie fragen wenn wir hier lang durch maschinen hat feindliche einheiten entdeckt so du mein freund äh kannst du mal um das dort man die klinge spüren wenn wir auf diese ecke mal ein bisschen platz schaffen so guck mal weiter machen wie das ist fordert mich nicht aus so so die alliierten werden uns nicht schonen mit ihren superwaffen jetzt ist ja auch kein problem mit dem nano schwarm wenn er einsatzfähig ist machen wir das auch feindliche einheiten entdeckt haben sie gesehen wie das geht jetzt sag ich ihnen was das reich der aufgehenden sonne ist ein fehler in der zeit verstanden dachten sie mit der zerstörung der zeitmaschine wäre der fehler beseitigt aber ich kann sie noch stoppen unser baum wird angegriffen unser stützpunkt wird angegriffen ganz schlechte ganz schlechte geschichte ziel wählen feindlicher stützpunkt entdeckt der himmel es regnet metall satteläten was für plumpe waffen so was man denn hier sowjet setzen ihre eiserner vorhang technologie gegen die future tech zentrale ein feindliche einheiten entdeckt zielpunkt erfasst äh mal gucken ob wir hier am waffen haben nun gut so ihr kennt man langsam zu den freunden zurück hier so das muss ich noch hier unsere wachensysteme ein bisschen wieder aufbereiten eine einheit wird angegriffen so abwehr drohnen bereit ich bin fertig einheit verloren ziel wählen feindliche einheiten entdeckt unser stützpunkt wird angegriffen so reichen der mittel ganz über den ganz über die geschichte wird angegriffen so die wollen sehen wir den auch wieder repariert kriegen repariert so mal wieder abgelt bringt uns relativ wenig okay das ist jetzt ganz große kacke was ich abläuft ja das ist doof repariert energie wellensysteme aktiviert so und so und so wir haben alle vorkehrungen getroffen so mein freund dann sagen wir sie drauf was eine einheit wird angegriffen so auch erledigt das ist recht ich weiß warum mit dem man da hinten geht man ja aggressiv muss entdeckt und zu reichen der mittel so sie werden sich ergeben wenn wir mal schauen ob wir die einfach wieder mal in einem modus kriegen so der kreiber auch schon das auch schlecht so sonst ist eigentlich super aus naja da haben wir das auch noch verloren das hier wo ist es schön dass der dojo kern wieder bereit ist den anderen hat es gerade zerlegt und so genau so sehen wir hier was wir gerissen bekommen so und dann war das auf der im netz bisschen gesichert kriegen wach und panze so ich hoffe das ding ist super das steht noch das ist so du mein freund du mein freund um das da so wir brauchen alle fälle dann ein paar wieder von den hier beendliche einheiten entdeckt sie werden sich ergeben ok upgrade abgeschlossen so mein freund wird angegriffen alles klar wird nicht mehr angegriffen feindliche einheiten entdeckt das ist ganz schlecht also kommt ja auch kein gut zwei oder sich ergeben du wo der ganze ziemlich schnell kritisch so so zu dezimator dann rauben wir die mal hier rein so aber da war der strom abgeschalten so unser verbündeter wird angegriffen wird gebaut feindliche einheiten entdeckt so müssen sie immer den turmkern aber wegen ein turmkern platziert kriegen sie werden meine klinge spüren ok solange der sich mit dem beschäftigt geht das so guck doch mal ganz hier so damit haben wir hoffentlich ein bisschen glück dabei ist bald hier vorankommen auf der ebene aber ja keine chance voranzukommen gut das ding ist scheiße so habe wir keine chance wirklich hier vorankommen jetzt hat so ein bau aufgelegt obwohl noch nicht der bau ist noch da repariert so dringend gut da um die probleme wir haben uns da kümmern wir sagen soweit ist so so abwertung zu stationierungsort wird gebaut wir gucken wir mal hier langsamer bis vorankommen hier mir gerade noch herr ein schläfer hinterhalt bereit alles klar position geschlossen die in einem kabinik und eine einheit wird angegriffen alles klar da soll man da drauf damit hoffe ich mal dass wir das problem gelöst haben wir werden beim nächsten mal einfach sehen noch mal glück haben wir weiter unsere base aufbauen und wieder ich hier verrecken werden momentan haben wir das jetzt soweit überlebt bis dahin bleibt noch ein zu sagen und zwar dass hier das hier am ende sind gerade auf der schicken kann gibt seine video empfehlung und zwar diesmal mecklen let's play max pain 3 da sind wir in sammeln oder ist mit dem max er ist noch ein bisschen schlecht gelaunt der teile davor wie schlecht genau das erfahrt ihr euch anguckt let's play max pay 3 für alle die das erste mal hier seid und gerne dass ihr weiter verfolgen wenn du das super ist hier ist der youtube button der abonniert den ganzen kanal er führt euch zurück zum kanal die solltet ihr auf alle fälle drücken social media kram google plus facebook und twitter sei ja auch erwähnt damit kommt man auch schön weiter und gibt eine ganze menge besonders wenn wir nicht kommen oder sonst welche kram also da gerne mal rein schauen und euch informieren was aber auch so fein ist genau unter dem video den kommentaren bereich der darf gerne gefüllten und genutzt werden da schickt kommentare einschreiben wäre super davon euch zu hören mich würde es freuen was auch super wäre wenn ihr einfach daumen hoch geht so zeigt es euch gefallen hat wenn ich download ist auch geben ich kann das aushalten und sag servus und ade